hip hop servus meine lieben es ist wieder mittwoch und das heißt spieltag prognose auf dem kanal ersteht das heimspiel gegen dem vf aus земland von wir werden und wieder mögliche aufstellungen angucken der beiden teams natürlich schauen uns sämtliche interessanten statistiken zum spiel an wer mehr darauf eingehen wie gegen die letzten jahre aus die letzten spiele wie schaut die aktuelle Statistik aus, wie sind die Teams drauf, mögliche Aufstellungen, weil es fehlen ja doch ein paar Spiele, auch bei uns, Mergin, Berisha zum Beispiel, das ist Thema des Kanals und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Der erste Blick geht erstmal auf die Tabelle, der VfL Wolfsburg steht auf Platz 13, hat 8 Tore erzielt, 14 Gegentore kassiert, 2 Siege nur bei 8 Spielen, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen, also durchaus eine Mannschaft, die ein bisschen auch einen Fehlstart hatte, also viel höhere Ansprüche, auch mit Niko Kovac, einen ambitionierten Trainer hier bekommen, der aber auch schon ein bisschen dazu beigetragen hat, dass da sehr unruhig wurde mit dem Rauschmiss von Max Kruse, ich finde es gut, dass er nicht gegen uns spielt, in meinen Augen ein richtig guter Spieler, aber ja, so ist es bei Wolfsburg gekommen, die haben jetzt in den letzten, ich habe mir die letzten Spiele von ihnen angeguckt, habe da Stärken und Schwächen auch gefunden, da werde ich euch am Ende auch was dazu sagen, wo wir echt aufpassen müssen, haben von den letzten 3 Spielen auch 2 gewonnen in Frankfurt, das war auch ein glücklicher Sieg, aber auch, ja, war es ein 50-50 Spiel, schlechtes Spiel gegen Union Berlin gemacht und jetzt wieder gewonnen gegen Stuttgart, ein Last-Minute-Sieg, also sie kommen jetzt ein bisschen wieder mit auf und haben sich ein bisschen gefunden, also wir müssen sie auf jeden Fall ernst nehmen und ihr werdet auch sehen, das ist auch nicht ein Lieblingsgegner der letzten Jahre von uns, aber ja, da würde ich sagen, gehen wir mal gleich jetzt drauf ein, zuerst mal einfach auf die nackten Zahlen, bevor wir auf Aufstellungen kommen. Insgesamt gab es das Duell 22 Mal, 7 Siege für den FCA, 7 Unentschieden und 8 Siege für die Wölfe, 21 zu 26 ist hier die Tordifferenz, aber man sieht so, insgesamt ein Spiel, das sehr, sehr ausgeglichen ist, beide Teams haben mal ihre Siege davon gefallen, auch Unentschieden, so eigentlich echt eine Statistik auf Augenhöhe, kann man so wirklich sagen, also da schneiden wir normal schlechter immer ab, schauen wir mal die letzten Ergebnisse aus Heimsicht FC Augsburg an, da haben wir das Letzte tatsächlich, 3-0 gewonnen letztes Jahr, also da gehen wir auf jeden Fall schon mal mit einem guten Gefühl rein, aber man sieht, die Heimspiele danach, oder davor, sagen wir es mal so, gingen alle verloren, 0-2, 1-2, 2-3, also Wolfsburg ist schon eine Mannschaft, die uns in den letzten Jahren enorm ärgern konnte und jetzt kommt das Wilde und in den letzten 10 Spielen hat der FC Augsburg nur 2 gewonnen, also ich sage ja, wir müssen wirklich jeden Gegner ernst nehmen, egal wie gut die Form ist, egal wie die Stimmung gerade ist, es wird, glaube ich, wieder ein sehr, sehr enges Spiel, das ich erwarte, ein 50-50-Game, ich werde da auch viel dazu sagen, wieder ein Spiel, wo das 1-0 enorm wichtig wird, wo wir auch auf viele Sachen aufpassen müssen, bei uns fehlt auch mit Berisha schon ein sehr, sehr wichtiger Leistungsträger, wir haben mehrere, aber Mergim ist definitiv einer davon, der enorm geholfen hat, bin ich auch sehr gespannt, ich habe da mögliche Aufstellung gebastelt, wie wir das lösen, aber jeden Gegner enorm ernst nehmen, für mich wieder ein absolutes 50-50-Ding, es können beide Teams auf jeden Fall hier gewinnen, wird ein enges Ding, ich bin jetzt noch vor dem Video, habe ich mich noch nicht entschieden, wie ich das Spiel tippe, aber es wird es ja dann am Ende sehen, da mache ich mir jetzt noch Gedanken, jetzt kommen wir mal zu aktuellen Statistiken, der FCA steigert sich hier in dieser Pro-Spiel-Statistik in dieser Saison immer mehr, das ist wirklich aktuelle Statistik in dieser Saison, beide Teams machen ein Tor pro Spiel, da hat sich der FCA jetzt vor allem mit der Umstellung auf Viererkette, da bleibe ich dabei, enorm gebessert, das ist einfach so, das ist augenscheinlich, mit der Dreierkette war das einfach noch zu früh, auch hier ja, war ja Thema, Dennis, die Dreierkette ist doch per se nicht schlecht, nein, ist sie nicht, aber es braucht einfach Zeit für den FCA und den Trainer, Ballbesitz, Fußball zu integrieren, wir haben einfach jahrelang nicht so gespielt und auf Kosten der Gefährdung der Ziele will ich kein Ballbesitz-Fußball sehen bei uns, ne, auf Dauer langfristig das jetzt trainieren, auch mal unter der Woche, es muss ja besser werden, man hat auch beim Spiel gegen Schalke gesehen, beim 2-0 geführt haben, wie Probleme wir hatten, einfach ruhige Ballbesitz-Phasen zu haben, da wird er nur dran arbeiten, die Zeit hat er jetzt auch, die Ruhe, wir wünschen uns in Ausbildung langfristig natürlich auch schönen Fußball, bisschen auch Ballbesitz-Staffetten, aber es wird einfach dauern, ne, und mir ist es auch egal, ob wir dann Viererkette oder Dreierkette spielen, das nochmal klarzustellen, wenn die Jungs das können, dann können wir auch Dreierkette spielen, aber Stand jetzt mit diesem Spielermaterial oder mit diesem Entwicklungsstand, sag ich mal, können wir es einfach nicht, da ist die Viererkette definitiv das bessere System, na, das ist einfach so, wollte ich hier nur nochmal klarstellen. 1,5 Gegentore zu 1,75 Gegentore pro Spiel, kriegt Wolfsburg mehr wie wir, also man sieht schon, hier sind mal echt die Statistiken ein bisschen auch pro uns, also das war nicht so oft der Fall, aber das waren einfach die Ergebnisse der letzten Wochen, die hier erheblich für Besserung gesorgt haben, auch bei den Statistiken der aktuellen Saison, wir bekommen weniger Gegenteil, also Wolfsburg ist hinten sehr anfänglich, sage ich euch auch vor allem nach Flanken, Flanken ist eine Sache, also Halbfeldflanken lassen sie enorm viele Chancen zu, ich habe die letzten drei Spiele mir wirklich die Highlights nochmal komplett angekommen, fast alle Chancen aus Halbfeldflanken, auch wirklich viele, da muss Jago und Gummi müssen da Flanken rein, ja eine gute Boxbesetzung brauchen wir, Demirovic rein, André Hahn rein, wir haben jetzt nach Flanken auch für Gefahr gesorgt und Diagonalbällen, da hat Wolfsburg wirklich Schwächen, also das ist sehr offensichtlich, viele Gegentore dann auch nach Flanken. Großschoss pro Spiel holen wir auch auf, wir müssen überlegen, nach den ersten fünf Spielen mit Dreierkette stand hier eine 0,2 Großschoss pro Spiel, jetzt haben wir uns gesteigert, am achten Spiel auf 1,0, da war ein Step das war seit dem Hertha Spiel, das ist ja brutal, das ist ja brutal, also da hat Enno wirklich genau das Richtige erstmal für den Moment gefunden für uns und Wolfsburg schiebt bei 1,13, also das ist Augenhöhe, auch Wolfsburg ist jetzt keine Mannschaft, die sich viele Großschosser rausspielt, viel aus der Distanz schießt, Maxi Arnold, muss ich nicht viel sagen, sehr gute Standards, sehr gute Flanken und sehr gute Fernschüsse, müssen wir sehr gut aufpassen, kommt dann bei den Facts, so wenn noch zugelassene Großschosser sind wir schon ein Team, das viel zugelässt, aber wir haben Giki in Überform, ihn brauchen wir in jedem Spiel auch irgendwo, aber auch Wolfsburg lässt ordentlich was zu, aber es sind schon ein Team, das hinten grundsätzlich stabiler steht, auch Kovac dafür ja bekannt. Dribblingerfolge steigern wir uns auch leicht auf 18,5, Wolfsburg auf 27,6, die haben damit Mamou, Schwimmer, auf jeden Fall Spieler, denen es 1 gegen 1 gut können, müssen wir sehr, sehr aufpassen, vor allem der Mamou schon macht momentan einen sehr, sehr guten Eindruck. Pressing-Aktionen steigern mir uns jedes Spiel hier in der Statistik, 9,25 Pressing-Aktionen, der FCA ist in der Bundesliga ein Team mit das Pressing, das stärkste Pressing-Team, das ist Wahnsinn, also das hat Denum wirklich schon super gemacht, das wird immer, immer besser, saugeil, macht mich richtig Bock, dieses eng am Mann draufpressen, richtig, richtig Spaß, 9,25 schon eine echt hohe Zahl, Wolfsburg hier bei 7,8, da sind wir den überlegen und die machen auch Fehler, wenn man sie presst hinten, das ist kein fehlerloses Team, ganz im Gegenteil. Defensive Durchlässigkeit sind wir hier sehr ausgeglichen bei 13,8 zu 14,7 und die Passquote bei uns geht jetzt natürlich nach unten durch die langen Welle, das ist mir aber tatsächlich gerade komplett egal, es ist einfach so, sorry jetzt, dein Lacher mal einbauen, es ist einfach wirklich egal, weil die Passquote hier nicht so wichtig, aus Union Berlin hat keine hohe Passquote, die schalten einfach unglaublich schnell, umschnell in die Spitze, mit dem Risiko auch, dass der Ball nicht ankommt, das liegt uns gerade mehr, die wird auch wahrscheinlich die nächsten Woche runtergehen, man sieht, Wolfsburg hat eine Passquote von 78,3 und wo stehen sie hinter uns mit 8 Punkten, mit einem eigentlich deutlich stärkeren Kader vom Spielermaterial, das kann man schon so sagen, von den Ansprüchen sind die auch viel weiter oben, was bringen die knapp 80% Ballbesitz, Passquote, sorry, ja, nicht so viel, habe ich jetzt das ganze Ballbesitz gesagt, lost, also auch hier die Passquote sollte man nie komplett überbewerten, natürlich ist eine gute gut, aber auch wenn man damit Lösungen findet und nicht einfach nur hinten planlos die Bälle rumschiebt, das war ja bei uns in ersten fünf Spielen schon auch der Fall, wir haben ja gar nicht ins Mittelfeld gefunden, damals mit der Dreikette und Ballbesitz, Fußball, das ist ein Prozess, das dauert lang, das können die Bayern halt ganz gut mit viel Ballbesitz, viele Großchancen kreieren, weil das ist halt ein langer Prozess, über jahrelange Arbeit erarbeitet und das ist ein gutes Beispiel, was wo man der hohen Passquote tut sich aber enorm schwer in der Liga, genau, jetzt schauen wir mal, es wird zu den möglichen Aufstellungen, bevor wir zum Effekt zu Wind kommen, wir wissen, der Merkin Berisha fällt aus, na, da ist kein Thema, tut weh, war eine unnötige rote Karte, gelb-rote, ist halt so, müssen wir mit leben, auch ihn müssen wir mal ersetzen können, jeder kann mal ausfallen, er fällt aus, die Spieler, die jetzt so ein bisschen im Fokus geraten, die highlighte ich mal hier, na, das sind die vier, fünf, vier Spieler, die da im Fokus geraten, auch in Arne Meier, nehme ich mal dazu, der eventuell spielen können, also wir werden definitiv nicht mit den, mit der Aufstellung spielen, der letzte drei Spiele, wo wir gewonnen haben, bei Berisha ausfällt, na, fangen wir mal an, erst mal mit dem Berisha-Thema, da kann jetzt natürlich Vargas ins Team rucken, Niederlechner in den Sturm, Vargas könnte auch als Zehner spielen, oder man macht folgendes, Demirovic in den Sturm, Vargas nach links, und Niederlechner weiterhin auf der Zehn, man könnte auch mit Petersen auf links anfangen, vorne, ne, das sind viele Variationen, die jetzt möglichlich auch ein Jensen könnte auf der Zehn einfach anfangen, Niederlechner vorziehen, ne, man könnte auch mal was komplett wildes anmachen, Jensen auf die Zehn, Vargas links, und Demirovic vor, das kann man auch machen, da ist ein Niederlechner mal auf der Bank, Niederlechner aber der Spieler mit den meisten Torschüssen beim FC Augsburg, obwohl er nicht jedes Spiel gespielt hat, ähm, müsst ihr mal überlegen, auch wenn er momentan nicht trifft, er sorgt für Gefahr, und das ist unglaublich wichtig, zehn Schüsse hat er, und da ist er einfach der Leader der ganzen Mannschaft, er erarbeitet sich die meisten Chancen, das ist auch viel wert, er wird auch irgendwann wieder sein Tor machen, bin ich ganz sicher, also diese vier Jungs, ich hab's ja jetzt ein bisschen aufgelegt, können irgendwo in die Startelf rücken, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass Arne Maier mal für Gruese oder Rechtsbescheid spielt, naja, dann werde ich das jetzt mal bildlich untermalen für euch, wie so die Aufstellung eventuell ausguckt, von uns erst mal. Also ich würde es so machen, ich würde tatsächlich mit Vargas anfangen, weil er einfach ein so guter Spieler ist und eigentlich auch gar nicht verdient hat, so oft auf der Bank zu sitzen, man könnte jetzt entweder so etwas machen wie ich, dass Vargas auf der zehn anfängt, das sagen auch ja viele von euch, könnte man auf jeden Fall mal probieren, ich hab Vargas so als Zehner noch nie wirklich komplett gesehen, dass er wirklich Zehner spielt, ähm, auch Jensen kann das machen natürlich, aber ich denke eher, dass Vargas spielen wird, er hat einfach auch verdient, er hat auch für die Schweiz Klasse gespielt, ich glaub, deswegen wurde er auch geschont, weil er zweimal fast durchgespielt hat bei Highlight Spielen, oder man zieht Demi nach vorne, Niederlechner nach hinten, auf die Zehn halt wieder und Vargas nach links, also ich glaube, dass diese Option Plan A ist, ne, man kann das auch mit Petersen machen, man kann das mit Jensen machen, der Rest wird aber so, er wird ein bisschen rumgeschoben, ich denke, das Grundgerüst wird ähnlich bleiben, auf der Sechs habe ich jetzt zweimal Mayer, entweder für Rechtsbescheid oder Grueso, er hat es eigentlich auch mal verdient zu spielen, eigentlich möchte ich aber auch gar nicht, dass so viel geändert wird, weiß, der Trainer muss halt auch die Zufriedenheit der Spieler beachten, Mayer ist eigentlich auch ein sauguter Spieler, da kann ich mir einfach gut vorstellen, dass hier auch Enno sagt, komm, jetzt fängt mal Mayer an, schont mal ein Grueso oder Rechtsbescheid, eigentlich never change a running system, aber ihr wisst, was ich meine, das könnte halt gut passieren, aber so die höchste Chance, denke ich immer, dass Drecks und Grueso anfängt, ich denke, da wird er eher dabei bleiben, aber ist halt ein Thema, weil Dorsch kommt jetzt auch bald zurück, ist im Aufbautraining, bin ich sehr gespannt, wie das gelöst wird in Zukunft, Gummi wird spielen, gibt es keine Alternative für ihn wirklich, viel zu stark, außer er verletzt sich, Bauer, Jeff sind auch momentan gesetzt, Udo und Oxford, nicht zurückkommen, Bauer, auch unser zweikampfstärkster Spieler, in Luftduellen der Beste und im direkten Zweikampf, macht wirklich eine super Entwicklung gerade, Jago auf links, denke ich auch alternativlos, kann natürlich auch mal ein Petersen spielen, aber Jago ist so stark, die letzten Woche, vor allem defensiv sich enorm gewässert, finde ich, der wird spielen, solange sich natürlich keiner verletzt, meistens nach der PK wissen wir mehr, die wird, denke ich, morgen am Donnerstag sein oder am Freitag, dann kommt eh immer nochmal ein Video, ob es da neue Stände gibt, sobald ich irgendwas erfahre, sich jemand verletzt oder so, von Stammkader erfahrt ihr das eh per Blitzinfo, so ist zumindest Standmittwoch jetzt meine Prognose, könnt ihr auch gerne mal eure Favorite-Aufstellung machen, vor allem jetzt in der Offensive, weil Berisha ausfällt, wie würdet ihr aufstellen, vorne die 4, da Berisha ausfällt, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare machen, ihr müsst jetzt nicht die komplette Aufstellung machen, außer ihr habt Lust, genau, dann kommen wir mal zum Gegner aus Wolfsburg, auch sehr schwierig einzuschätzen, das war jetzt so dieser Standard, ein Matcher im Sturm, ist aber auch angeschlagen, könnte auch, ich weiß nicht, warum ein Jonas, Jonas heißt ja der Wind auf jeden Fall, nicht, ich habe so ein bisschen recherchiert, nicht in der Aufstellung aufkommen, eigentlich ja auch ein guter Stürmer, könnte ich mir auch vorstellen, dass der Spieler ist jetzt nicht verletzt, wurde oft der Kaminski da so vorgeschlagen, weil ich gehe mal davon aus, dass ein Matcher trotzdem spielen wird, dass das bis Samstag noch reicht, Mamusch hat sehr gut gespielt, der Links, 1 gegen 1 Spieler kommt über Kombinationen, sehr gefährlich, macht allgemein einen guten Eindruck dieses Jahr bei Wolfsburg, kann auch ein Brekalo spielen, ganz viel, viel kann, Wilma wird auf rechts spielen, auch ein sehr, sehr technisch starker Fußball, also sie haben echt gute Kicker am Ball, können kombinieren, zentrale Mittelfeld, Gerhard Arnold und Swamberg enorm stark, vor allem gegen Maxi Arnold aufpassen, der schön im Rückraum immer lauert, auch Fernschüsse hat auch gegen Stuttgart wieder getroffen, dazu hat der Torwart dann nicht gut ausgeguckt von Stuttgart, hat einen Fehler gemacht, aber Arnold hat von seinen ca. 30 Toren 15 aus der Distanz gemacht, das ist jetzt nur geschätzt, also die Hälfte der Tore fasst über die Distanzschüsse, der Fernschuss stärkste Spieler und enorm stark nach Standards, die haben auch gegen Frankfurt ein Tor nach einer Ecke gemacht, müssen wir wirklich aufpassen, nicht zu viele Standards zu lassen. Baku wird spielen, links haben sie vier Optionen, wenn sie mit der Viererkette spielen, die können auch Dreierkette spielen, dann spielt halt Jeff Kulavugi, heißt der, da ist viel hätte wenn und aber, deswegen kann ich euch da nicht viel sagen, Kovac rotiert da auch, Kanotavio, der ist aber angeschlagen spielen, wenn der fit wäre, würde er spielen, Farnic, Rousselon haben sie, Bornau, das ist viel hätte wenn und aber, kann auch wirklich sein, dass die mit Dreierkette anfangen, bin ich sehr, sehr gespannt, ich kann euch hier für diese Aufstellung null Garantie geben, weil ich auch kein Wolfsburgers, Petri und Kovac auch beide Systeme gerne mal spielt, genau. Facts to win, Leute, würde ich sagen, also jetzt wird spannend, Wolfsburg ist mir aufgefallen, hab die Spiele, wie gesagt, geguckt, so ein bisschen auf Highlight, sauviel aus der Distanz wird geschossen, müssen auf jeden Fall sehr gut den Rückraum verteilen, Maxi Arnold habe ich erwähnt, auch ein Swamberg schießt gerne mal drauf, auch ein Gerhard Kanz, also müssen da wirklich aufpassen, vor allem auf Maxi Arnold draufgehen, der fackelt keine Sekunde und auch nach Ecken, wenn wir die rausköpfen, der ist da meistens am Lauern und nimmt den Ball dann sofort und schießt, dann kommen wilde Situationen zustande, enorm aufpassen auf Rückraum verteilen und ist hier ein Fact, wo wir wirklich vorsichtig sein müssen, auch nicht zu viel unnötig faulen, 30, 40 Meter Bereich vom Tor, die Flanken, die jagen die Bälle rein, Halbfeldflanken, vor allem Standardstärke von Arnold hier nochmal geheileitet, die Ecken sind gefährlich bei Wolfsburg, genauso diese Freistöße von links und rechts, wo per Flanke kommen, auch direkte Freistöße, das ist einfach eine Waffe von Maxi Arnold und Wolfsburg, hier haben gute Standardschützen und können auch mit Lacroix, der kopfballstarkes Innenverteidiger und Matcher uns wehtun, also das sind so wirklich zwei Key Facts, wo ich Wolfsburg analysiert habe, vorsichtig sein. Lange die Null halten, das bleibt immer, das lasse ich auch immer drin, das ist wichtig für uns und die 1-0 Führung, man hat es jetzt wirklich gesehen, wenn wir 1-0 führen, gewinnen wir auch wirklich oft die Spiele, das war jetzt in den letzten drei Spielen, der Fall gegen Bremen, Schalke und Bayern, das tut uns einfach immer gut, tut jeder Mannschaft gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wäre vielleicht auch mal interessant zu sehen, wenn wir 1-0 hinten liegen, das war eine Riesenschwäche die letzten Jahre, von uns zurückzukommen, vielleicht sind wir da mittlerweile auch besser, in den Erstspielen war es nicht so, aber es hat sich ja seitdem auch ein bisschen was getan, selbst wenn wir gegen Wolfsburg 1 und hinten liegen, wäre es interessant zu sehen, wie die Mannschaft dann reagiert, ob wir das wirklich mit dem Ballbesitz hinkriegen, auch mal Druckphasen aufzubauen, auch daheim, wie wir jetzt agieren. Viererkette habe ich weiterhin, solange das Personal so ist, solange wir das nicht einstudiert haben, das wird ein langer Prozess sein in meinen Augen, hier Ballbesitz, Fußball wirklich zu zelebrieren, bleibe ich dabei, ist ein Fact, da hat Enno alles richtig gemacht mit der Umstellung. Zweite Bälle jagen und lange Bälle wieder streuen, auch gezielt drauf gehen, natürlich fällt Mergem ein Zielspieler, das beobachten, aber bitte nicht nur lange Bälle, auch Ballbesitzphasen mit integrieren, vor allem im 1-0 führt nicht wie gegen Schalke, dann nur schnell schnell nach vorne, dann kriegst du keine Ruhe rein, auch mal ein bisschen ruhigere Phasen, auch mal Druck aufbauen, würde schön zu sehen, man hat es ja auch auf Schalke in den ersten 20 Minuten, finde ich, sehr gut gemacht, da waren wir auch wirklich die bessere Mannschaft mit Ball, da wünsche ich mir dann doch ein bisschen mehr, mal gucken, ob wir da auch Fortschritte zu Hause sehen und nicht den Ballbesitz aufzwingen lassen, lasse ich wieder als Fact. Wolfsburg hat vor allem gegen Teams gepunktet, wo sie weniger Ball hatten, das war gegen Frankfurt, die hatten sehr viel Ballbesitz, hat Wolfsburg gewonnen, gegen Union Berlin, wo Union Berlin, ja, eine Mannschaft, die es hasst, den Ball zu haben, die punkten immer, wenn sie wenig Ballbesitz haben und kontern, haben sie nicht einen Torschuss gehabt, sprich, die haben sich da trappen lassen in Berlin und nicht mal einen Torschuss herauszuspielen. Union Berlin hat die ständig ausgekontert, im Unschaltspiel unglaublich wehgetan, also was wir eigentlich hier auch gut können, könnte hier uns zum Vorteil werden. Wolfsburg mag es auch nicht wirklich, den Ball so zu haben, wie ich gesehen habe. Gegen Stuttgart haben sie dann schon eine ihrer besten Spiele gemacht, da haben sie auch mit Ball ordentlich gekickt, dementsprechend auf jeden Fall war er trotzdem noch ein Last-Minute-Sieg, der verdient war, auch Stuttgart hat ihm enorm wehgetan mit Flanken, Flügelspiel, sind sehr anfällig. Sind sehr anfällig, Halbfeldflanken, ähnlich wie gegen Schalke, Diagonalbälle suchen, auch einen zweiten Pfostenflanken, Boxbesetzung gut haben, Minimum zwei, drei Spieler rein, wenn die Flanke von links kommt, nachrücken. Also das sind so die Facts, wie wir Wolfsburg auf jeden Fall wehtun können, Leute. Genau, also ich bin jetzt auf jeden Fall schon, ihr merkt es ultra, ultra heiß auf dieses Spiel. Schade, dass Merk ihm ausfällt, aber die Truppe kann hier auf jeden Fall was holen. Ich gehe jetzt mal kurz in mich, bevor ich meinen Tipp abgebe. Leute, ich bleibe positiv. Ich sage, wir holen unseren vierten Sieg in Folge. Es ist für mich ganz schwierig, aber auch zu tippen. Es kann genauso andersrum ausgehen, aber gerade einfach ein bisschen mit dieser Euphorie Versuche ich hier auch mit diesem Tipp, vielleicht ein bisschen Euphorie bei uns aufzubauen, auch beim Team. 2 zu 1 für uns kann auch ein Unentschieden werden, da wäre ich auch mit zufrieden. Es geht, wie gesagt, immer um die Art, wie wir spielen, wenn wir dagegenhalten, wenn wir Leidenschaft zeigen, wie in den letzten Spielen kann das meinetwegen auch mal verloren gehen. Wir werden jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, das ist utopisch. Aber ich finde, gegen Wolfsburg ist was drin. Sie sind schlagbar, sie haben Probleme. Sie sind nicht in Top-Form. Trotzdem eine Mannschaft, die man enorm ernst nehmen muss. Sie haben auch aus den letzten drei Spielen zwei gewonnen. Auch gegen Frankfurt musste sie erstmal gewinnen. Und auch gegen Stuttgart. Sie sind schon wieder am Kommen, also wirkt vorsichtig sein. Ich will einfach hier die positiven Trend mitnehmen. Wie gesagt, 14 Uhr rum wird es am Samstag die Watchparty geben. Ich bin diesmal nicht im Stadion. Ich werde aber das Spiel für euch streamen. Für alle, die keine Sky, schaut gerne rein oder einfach die Lust haben, mit mir das Spiel zusammen zu sehen. Ansonsten gegen Bayern werde ich im Stadion sein. Habe ich ja schon gesagt, DFB-Vokal. Und ich wünsche uns einfach wieder ein geiles Wochenende. Was soll ich euch sagen? Wenn wir das gewinnen, wäre es einfach nur ein Traum. Aber ich wäre auch nicht böse, wenn wir gut spielen und es mal in die Hose geht. Irgendwann wird es auch mal wieder eine Niederlage geben. Vielleicht auch mal ein paar in Folge. Auch da müssen wir ruhig bleiben. Da bin ich komplett bei euch. Enno hat jetzt viel Kredit. Den hatte er auch bei mir immer. Das will ich auch nochmal klarstellen. Ich habe nie ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, Enno raus. Enno soll gehen. Nie. Also es gibt kein einziges Video davon. Ich habe nur einmal nach dem Hertha-Spiel die Pressekonferenz so kritisch gesehen, weil immer dieselben Flosken waren bei keiner Torschance, die wir hatten. Aber immer habe ich gesagt, nee, er muss jetzt umstellen. Ich gebe ihm immer noch die Chance. Auch ihr habt es da draußen. Das will ich ganz klar klarstellen. Hier auf diesem Kanal hat keiner fast, also es waren, wo wir die Unfreiheit gemacht haben, über 90 Prozent dafür ist Enno Maasen, bleibt sogar nach dem Hertha-Spiel und ich auch. Das sehe ich nochmal ganz klarstellen. Gegen den Trainer hat hier der Großteil der Augsburg-Fans nicht was gesagt. Es wurde nur kritisch hinterfragt, warum mir diese Dreieck hätte spürt. Man darf vielleicht was ändern. Und das war auch richtig so. Er hat es ja gemacht, er hat es getan. Damit ist auch alles gut. Das wollte ich hier nochmal darstellen. Also Enno genießt hier bei mir ganz großen Kredit. Vor allem nachdem er bewiesen hat, dass er auch auf Situationen reagieren kann. Auch das muss ein Trainer erstmal auch beweisen auf Top-Nemo. Das in der Lage ist, dann doch einen Plan B und C zu haben. Und das hat er auch bewiesen. Wir kannten das nicht von anderen Stationen. Genau. Eine Kritik damals ging nur gegen andere Sachen, gegen andere Personen. Bei vielen dieser Punkte bleibe ich auch dabei. Möchte aber da auch nicht mehr näher drauf eingehen, weil wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Hinrunde, auf die Mannschaft und auf den Fußball. Weiter so, Jungs. Rock das Ding gegen Wolfsburg. Macht mal das Stadion voll. Lasst uns ein geiles Spieltag haben, ein geiles Wochenende. Euer Dennis. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch wieder gefallen hat, das Feedback. Wie gesagt, wahnsinnig die letzten Wochen. Der Daumen nach oben hilft mir. Tut mir gut. Gebt mir Kraft für jedes Video. Weiter nicht. Liebe aus Augsburg. Ciao.